Hey Leute, Moment mal, ich suche noch was. Meine Ranger-Mütze. Leute, heute sind wir Ranger in einem riesig großen Watchtower und müssen Menschen helfen, nicht von Monstern gegessen zu werden. Wenn das auch für euch spaßig klingt, dann kommt jetzt mal mit. Das hörte sich gerade an wie eine ganz, ganz schlechte Fernsehwerbung. Als ob man einen Kaugummi vermarkten mag, der eigentlich nach Kacke schmeckt. Aber wir gehen mal rein, oder? Kommt ihr mit? Na los. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu The Watchtower. So, wir sind hier in einem Watchtower oben, wo wir wahrscheinlich Leute anleiten müssen, Dinge zu tun oder vor Dingen wegzulaufen. Sowas gibt es ja schon bereits und wir spielen das jetzt in Roblox, weil es in Roblox alles gibt, was das Herz begehrt. So, wir können hier so die Türe aufmachen. Wir haben eine Taschenlampe, das ist gut. Okay, was müssen wir machen? Radiosender prüfen, das machen wir doch gerne. Leute, lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich riesig, riesig freuen. Unterstützt mich gerne, dann schaffen wir vielleicht. Dieses Jahr noch die 30.000 Abonnenten. Das ist so ein Ziel, das ich mir jetzt gesetzt habe. Schauen wir mal ein bisschen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auf dem Weg unterstützen würdet. So, Kanäle werden überprüft. Schauen wir mal, vier von sieben, das dauert alles ein bisschen. Ansonsten habe ich aber gerade keine Ziele. Kann ich mich hier verstecken? Okay, warte mal, ich will mich mal kurz umschauen. Oh mein Gott, ey. Es ist ja duster wie noch was. Heilige Mutter Maria. Keine neuen Nachrichten auf allen Kanälen. Na, das ist doch positiv, oder? Den Müll auf den Boden aufheben. Warum haben wir überhaupt zu viel Müll gemacht? Das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns stellen sollten, oder? Eigentlich so. Oh Mann, ey. Naja, gut. Ich hinterfrage das nicht. So, ja. Ich habe den Müll aufgehoben. Räumen Sie den Müll auf den Boden auf. Habe ich gemacht. Viel besser. Ja, da hast du recht. Viel, viel besser. Emergency Message abgeholt. Okay, ja. Wo? Wo? Wo muss ich? Was muss ich machen? Okay, also es sind sehr viele Leute vermisst. Ich bin ja in meinem Watchtower. Ich bin mir sicher, dass es nichts ist. Die neuen Wanderer oder neue Hiker werden hier in den Wäldern gehen, hier immer verloren. Aber nur für den Fall verriegele ich jetzt die Fenster. Gut, okay. Dann verriegele ich eben alle Fenster. Vielleicht sollte ich die Tür auch zumachen. Wäre das nicht auch was, wenn ich die Türen auch zumache? Warum eigentlich zwei Türen? Das macht mich ein bisschen nervös. Oh Junge, nee, oder? Der Generator muss zurückgesetzt oder neu gestartet werden, ja. Follow the path to the power books. Das ist doch nicht euer Ernst. Muss ich da jetzt runtergehen? Oh mein Gott. No way. Was ist das denn? Hä? Hä? Ach, da unten. Okay. Ich dachte gerade, aber was ist das denn hier? So eine Art Parcourslauf oder so? Yo, hören Sie mal bitte auf damit. Warum ist der Generator eigentlich so weit weg? Oh, ich habe Angst, Leute. Ich will da nicht runtergehen. Ich habe da gar keine Lust drauf. Na gut, aber was kann uns schon passieren im Dunkeln? In einem Horrorwald. Ja, hallo. Na, wie geht es dir denn so, Rüdiger? Alles gut? Was ist das denn hier für ein Käse? Oh, ja klar, natürlich. Ich muss die E-Taste extra lange drücken, damit der Schweiß extra viel aus meiner Achsen tropft. Neustart beenden. Ja, ja, ja. Okay, beende das Neustart und dann gehe zurück zum Turm. Naja, hat sich so angehört, als hätte hier jemand geschrien, der abgestochen oder gefressen wurde. Aber ich meine, wir wundern uns auch noch. Was haben wir denn gerade gesehen? Meinst du, das war der Weihnachtsmann, den du da gerade gesehen hast? Also, manchmal frage ich mich wirklich, was mit den Leuten eigentlich los ist. Ja, ich checke nach Emergency. Ist schon recht. Ich hier auf meinem wackeligen Holzturm. Schaut aus, als hätte den jemand mit Cenga zusammengebaut. So. Mach auf die Hütte. Warum muss ich die Taschenlampe immer loswerden, um die Tür zu öffnen? Was ist das für ein Quatsch? Ja, wir checken wieder mal nach Emergency-Nachrichten. Er überprüft wieder alle Kanäle. Junge, was ist das denn bitte für eine Technik? Kann ich mich nicht ins Bett legen und einfach schlafen und das einfach beenden? Wieso? Oh Gott, ich dachte gerade, ne? Warum verriegele ich die Türen nicht? Was ist das? Ich habe die Fenster zugemacht, aber nicht die Türen. Oh, junge, junge, junge Leute. Da muss man es ja wirklich mit der Angst bekommen. Ja, okay. Muss falscher Alarm gewesen sein. Bruder, der hat gebrüllt als... Feed needs updating. Okay, Radiofeed muss upgedatet werden. Das bedeutet... Also, jetzt muss ich da runtergehen und zum Sender. Das ist das Ding, was ich gesehen habe. Was ist das für ein Job, bitte? Ah ja, jetzt ist hier auf einmal offen, oder wie? Was ist das? All you need to do is hold the lever down until the button turns green. Once it does, you need to get out of there. Fast. The boards you are standing on aren't designed to hold weight for more than a short period of time. Warum habt ihr dann nicht einfach eine Treppe oder eine Brücke oder einen vernünftigen Boden hingebaut, sondern so blöde Tarzan-Hängebretter? Das gibt es doch gar nicht, oder? Ja, gut Job. Ja, ich gehe schon. So, jetzt verschwinde von dort. Ja, bin ich. Ich gehe jetzt da rein. Hier, und jetzt gehe ich schlafen. So, die Tür mache ich auch noch zu. Und jetzt will ich gerne schlafen gehen. Gehe zum Ranger-Touren, bin ich. Oh! Es gibt verschiedene Nächte. Die Kommunikation scheint nicht funktioniert zu haben. Schließe die Fenster. Natürlich mal wieder, weil die Eule, die Eule hat gebrüllt und in der Kauze. Und deswegen müssen wir jetzt die Fenster schließen, ne? Aber die Türen, die müssen wir nicht verriegeln. Nee, nee. Nicht die Türen. Warum auch die Türen? Haha. Wer kommt denn nur da drauf, dass man die Türen verriegelt? Wer kommt denn nur da drauf? Gut. Überprüfe die Radiokanäle. Sollte ich machen. Das war wieder mal der Weihnachtsmann, Leute, der am Fenster stand. Müsst ihr wissen. Oh, Junge, Junge, Junge. Sei niemals auf einem Watchtower um 3 Uhr nachts. So sieht das aus. So und nicht anders. Kanäle werden überprüft. 2 von 7. Es ist wirklich sehr beruhigend. Eine sehr, sehr beruhigende Lust ist das. Ja. Bitte beeilen Sie sich ein bisschen. Nachricht abgeholt. Oh, ich habe eine Nachricht. Oh, oh, oh. Zeig mir. Okay. Nein, weil ich dumm bin. Habe ich nicht gemacht. Äh. Ich muss hier, muss die Ratten hier loswerden. Naja, ein Prank, Bruder. Weiß ich nicht. Die Ratten haben auch so rote Augen. Die sehen nicht besonders attraktiv für mich aus. Ja, also nichts gegen Lebewesen als solche. Aber die sehen nicht sehr appetitlich aus. Die sehen aus, als wären sie voll mit Krankheiten. Keine Ahnung. So, aber einfach mal alle weggemacht. So, okay. Kann ich jetzt den zusperren hier? Check the Radio Channels. Wieso schon wieder? Also wirklich, der Dude, der ist wirklich komplett hirnvertübelt. Ne? Der weiß gar nichts. Der kapiert auch nichts. Der kapiert auch nichts. Leg dich doch einfach in dein Bett. Und schlaf. Wäre vielleicht besser. Oh ja, nice. Die Tür ist wieder offen. Die auch. Warum schließe ich die Türen nicht ab? Das macht für mich persönlich keinen Sinn, Junge. So, jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich wird jetzt nichts reinkommen, oder? Äh, und wo? Someone needs our help. Okay, jemand braucht unsere Hilfe. Ja, jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Okay, er hat den Ort getrackt. Okay, er weiß wohin. Alright, alright, alright. GPS. GPS-Dessignal ist getrackt. Ich komme bewaffnet mit meiner Taschenlampe und ganz viel Ehrgeiz in meiner Hosentasche. Kann ich da auch runterhüpfen? Ja, ich kann auch eine Abkürzung nehmen. Oh, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Mitten im Wald. Total versumpft zwischen den Nadelbäumen. Macht aber nichts. Ach so, ja. Guck mal, ich kann hier nicht lang. So. Hallo? Das ist aber ziemlich weit weg. Kenne ich mich dann schon noch aus? Weiß ich dann schon noch, wo der Watchtower ist, ja? Wir bleiben lieber mal auf dem Weg. Da holen wir uns nicht so viele Zecken und Flöhe und Waldameisen, die in unsere Unterhose krabbeln und uns an Stellen beißen, die wir besser nicht gebissen haben wollen. Oh. Ein Band. This is a trap. Run. Oh, man. Go back to the Ranger-Turm. Ich will mich... Ah! Was ist er denn für einer? Äh, okay. Okay, okay. Ganz entspannend. Ich muss ganz auch entspannt sein. Einfach zurück zum Ranger-Turm. Ich will nicht, dass er mich fängt. Dieser blöde Hund. Ich drehe mich nicht mehr um. Schnell, SOS-Not-Signal. Oh Gott, da laufe ich richtig? Da ist er, ja? Ja, 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 ja. Da ist der Turm. Da ist der Turm. Okay, schnell. Ich mache die Taschenlampe aus, damit ich da schnell reinkomme. Der läuft mir bestimmt die ganze Ding nach, oder? Oh, ey. Nee, nee, nee. Komm, komm, komm. Schnell. Oh, ich will mich nicht umdrehen. Ist das Körst, Junge? Was? Ah! Geh doch da rein. Ich habe von außen das Licht ausgemacht, ey. Senden Sie einen Notruf. Ja, mache ich. Ah, ich hasse diese Verfolgungsdinger. Da kriege ich gleich richtig Flitzekacke kriege ich da. Aber, wieso, ähm, hä? Wir haben, wir müssen diesen Ort verlassen. Jo, aber warum bin ich denn am Tag nicht gegangen, Bruder? Was ist denn mit dir passiert? Fang an, Kisten zu packen. Wieso bin ich am Tag nicht gegangen? Und wo packe ich die Kisten hin jetzt? Hä? In meine Hosentasche? Was ist das denn? Oh, Leute, ey. Da kriege ich gleich richtigen Krampfanfall kriege ich hier. Ich sage es euch. Ich sage es euch, wie es ist. Jo, das war eine nice Verfolgungsjagd. Aber warum sind wir nicht unter Tags gegangen? Was ist das für ein Blödsinn? Ich fange an, Kisten zu packen. Ich würde dem Dude gerne mal eine draufhauen. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Jetzt verriegle ich die Fenster. Why? Wenn ich gerade Kisten gepackt habe, gehen sie zu den Fenstern, ja? Ich tue mein Bestes, you know? Ich mache mein Bestes. Ich frage noch ein einziges Mal. Wieso bist denn du nicht unter Tags einfach gegangen? Ist bei dir immer Nacht? Oder, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie scheint irgendwas mit ihm ganz gewaltig nicht zu stimmen. Na gut, wir vernageln erstmal alles. So. Okay. Und die Tür ist, ist die trotzdem offen? Das wäre so lustig, ne? Check the radio. Ja, mache ich. Kommt vielleicht mal jemand und holt mich hier raus. Ich benötige bitte Hilfe. Eine dringende Nachricht. Gehe oder bleibe. Wo soll ich mich denn? Ja, wo soll ich mich denn verstecken? Durchgehe. Durchgehe. So. Ich bin jetzt hier. Tschüss. Wiedersehen. Zehn Sekunden. Ich bin einfach runtergesprungen. Ich habe einfach die aller, aller echteste, der echtesten Abkürzungen genommen. Oh, ich habe überlebt. Oh, ich habe überlebt. Nicht viele kommen so weit. Ich glaube nicht, dass das alles noch vorbei ist. Ich habe überlebt, Leute. Oh, sehr, sehr nice, Freunde. Oh, ich bin der Allerechte. Ja, Leute, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Wir haben das gute Ende geschafft. Das war ziemlich, ziemlich nice. Das Spiel war auch ziemlich unheimlich. Mir hat es kurz mal meine Nackenhaare aufgestellt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao.